3, 2, 1 Hallo YouTube, hier ist euer Tibrianus und wir spielen zusammen mit Flamestorm, hallo Und zwar spielen wir Tote in Island Ähm, wie ihr seht, ist dies eine Vulkaninsel im hohen Norden Oh ja Und wir schauen jetzt mal, was wir denn hier so an Quests machen können Uah, aua, scheiße, ich bin auf dem Eis ausgerutscht Nein Oh ja Ich helf dir, ich belebe dich wieder Nein, danke, ich brauche deine Hilfe nicht Du trittst nur extra nochmal drauf Ja Darauf habe ich doch geskillt Ja, und ja, ich erinnere mich Ähm, apropos skillen, äh, ich kann nicht aufsteigen Und, äh, wo war das Quest-Log? Da nicht Ah, auf L Karte, ähm, oder Quests, können wir auch mal hier drauf gehen Ja Ähm, dann holen wir uns mal zwei Herzen, würde ich meinen, oder? Jo Ich habe gesehen, dass du das gerade ausgewählt hast, das ist mir ja auch nicht aufgefallen Oh, hoppala Gut, ähm, wollen wir zu Fuß gehen oder das Auto nehmen? Ich schlage vor, du gehst zu Fuß, ich fahre mit dem Auto hinter dir her Okay Das klappt gut Angriff, Angriff, Bombenangriff Mhm Sagen wir nicht, ich rufst Oh Gott Oh Gott Oh Gott ist hier viel Nein Du darfst alles machen, nur das nicht So Du kannst ältere Hinweise im Menü, Extras aufrufen Steht da ein Schläger? Äh, das würde erklären, warum er noch lebt Ne, ist ein Geher Geher, gut Und jetzt ist er tot Hahaha Schön, ich habe keine Erfahrungspunkte für bekommen Das war er ja vorher auch nicht Oh, hoppala Er war ja vorher noch am Leben Mann So, ah, jetzt habe ich Erfahrungspunkte für bekommen Drei Vielleicht, weil du es gesehen hast Oh ja Entschuldigung, jetzt müssen wir für den Kilmer Haha, irgendwie wusste ich, dass der aufsteht Ja, ich auch, deswegen ständig ja hier Angriff, Angriff Oh, ii Nein, pass doch auf, pass auf Wo bist du? Ja, hinter dir Scheiße Mann Ich sag, pass auf und du Waldruf da Waldruf Weißt du, ich rufe Pass auf, pass auf Und du fährst einfach weiter Warum auch nicht Oh, geil Geht ja gut los Aua Was war das? Auf einmal Vollgas nach hinten Ich wollte die erwischen So, aber jetzt steige ich aus Nein, warte es ja nicht weiter zurückzufangen Hahaha Oh, wie schön Du spielst mir übrigens 900 noch was Geld Dollar Niemals Doch Niemals Wieso habe ich eigentlich eine Machete in der Hand? Keine Ahnung Willst du die haben? Okay, Klauer Komm mal her Wieso habe ich eine Machete? So, bitteschön Ich habe leider nichts für dich Ja, ist egal Und jetzt noch 900 Geld hinzufügen, bitteschön Niemals Willst du die fallen lassen? Ja, ich bin voll Ja, wie immer Das ist ein Dauerzustand Ähm Wir müssen hier hoch Hä, warum war dann? Achso Achso, das war die Eine Tante da bei der Wasserfrau Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Ähm So Und Hau Ruck Hau So Anne Snyder Ja, die sollten wir suchen Wenn du siehst Sag sie nicht, was zu schuldigen Weil Teddy ist mit mir Und er will mich schützen Hau Solange Teddy da ist, ist alles gut Können wir den klauen? Nö Nein Dann greift uns nur wieder irgendein Freak an So Der Tante hier, können wir Wasser geben Kriegen wir wenigstens ein bisschen Geld Was zur Hölle, wie komme ich da rein? Ja, durch die Tür Hä Bin ich jetzt Willend? Ja So Pass auf Ich komme dir entgegen Huu Ach hier Unfair Unfair Nein, Funfair Ja, ja Ich danke Gott später Und Gott hat überhaupt nichts damit zu tun Hat er nicht? Nein, scheiß christliche Fundamentalisten Ich dachte, wir wären Gott Gott-like Ich bin Gott-like So, bitteschön, einmal drauf Ist er dir alles niedergemäht? Ja, für irgendwas muss es ja gut sein Ähm Ich kann Achso, jetzt haben wir Zwei Herzen haben wir jetzt immer noch aktiv, okay Ähm Ja, wir müssen ja zurück und den Quest noch abgeben Ja, ich hole das Auto Sind doch nur 500 Meter Die ich, äh, fahren werde Ich bin ein guter Fahrer Ein sehr sicherer Fahrer Ah, nein Déjà-vu 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 Ah Hast du wieder so perfekt eingeparkt? Nein, ich versuche es gerade zu vermeiden Hm Inzwischen wissen wir ja auch Ach, fucking Oh Was denn? Machst du schon wieder scheiße? Ich würde doch nie scheiße machen Würde ich doch nie wagen Y Y Y Y Okay, dann nicht Dann kein Y Sehe ich auch so Hau ab Weg Auf Haha Wie geil So, tschüss Infi Mann Auch Ich warte hier auf dich Aua Wie schmerzhaft Bitte Hallo Was denn? Hast du Probleme? Nein, nein Läuft alles Okay, dann benutze ich halt meine Waffen Ist mir jetzt egal Ähm Ach du scheiße Wo müssen wir denn hin? Äh Ach so, das war der Leuchtturm Okay Ja Dann gehe ich die Quest ab Oh, hoppala Hä? Ich blick das gerade nicht Mepp So Äh Ach so, die war da hinten in dem Haus Bei dieser komischen Russin Ja Och, okay Bist du sicher, dass du zu Fuß gehen willst? Ja, ja Ich mach das Ich will es nur kurz Au Das war unklug Na Kumpel In den Strand kommen wir doch eh nicht mit dem Auto, oder? Nö Aber es macht Spaß, hier die Zombies platz zu fahren Ich hab meine Wasserfläche gefunden Das ist gut Naja, ich hab hier gerade wieder den übelsten Fight gehabt Oh ja, ich auch Du sitzt in einem Auto Du kannst gar nicht ordentlich kämpfen Ich bin ein Schwarzer Es ist nicht meine Aufgabe, ordentlich zu kämpfen, sondern zu gewinnen Es war eben so überehmt, hat mein Auf-den-Kopf-Springen-Skill nicht funktioniert Von meinem verdammten Dingens, ähm Von meinem Ammerclaw-Skill-Gans zu schweigen Aha, bug? Ja, keine Ahnung Auf jeden Fall hat es nicht funktioniert Voll ziemlich günstig Naja Weil ich von Zombies umgeben war Brumm, 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 brumm Mann ey, dieses scheiß Timing immer Oh, oh Zombie jetzt, fall doch mal um Dankeschön So, und auf Kopf gesprungen Bitteschön Was hast du denn davon? Kam der da angesprintet? Führt mich eigentlich dieser Achso, hier oben Natürlich So, ich glaub, die Quest kann ich auch ohne dich abgeben Dann geh ich da schnell hin So, zacki Okay Ich renn dann so lang rum Und lauf ein bisschen in Amok Okay Beach 300 Meter Stirb Stirb Äh, nein Also, ihr könnt gleich mal zu Hause bleiben Geht bitte weg Weg Also, ich bin nur 350 Meter weit weg Ja, kommt ruhig her, ihr Schweiner Bams Bams Und ich brauch nicht meinen Rage-Modus Okay Den hier, ist das ein Schläger? Nein, 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 nein Nein, nein, nein Boah, was war das denn jetzt hier? Cheater, ey Erst gar nichts machen und dann angesprintet kommen Hm So, ich skill dann mal Tu das Uh Und zwar skill ich Weg 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 So Liegen Zurück Oh Mann, ich Hab nicht mal Gesundheit dazu bekommen Das könnte jetzt ein bisschen Schlecht werden Wenn ich nichts zu trinken finde Ach, das passt schon Ja, natürlich Thinking positive So Hä? Bist du da Witz, Witz Wieso bist du auf einmal da unten? Weil ich intelligent gerannt bin Das ist, äh, noch lange keine Begründung Ich bin auch intelligent gefahren Hm, deswegen bist du auch 10 Kilometer über mir Während ich am Strand bin Ja, genau Außerdem bin ich jetzt auch am Strand Ich bin gerade bei einem komischen Bunker Und möchte mich jetzt eigentlich gerne mal in irgendwelche Gegnermassen reinstürzen Um hier meine Wut abzulassen Äh Ja, komm zu mir Ich ziehe hier gerade alles an Ja, leider steht mir hier gerade Oh Ja, ich komme zu dir Äh Wo kam das denn jetzt her? Hallo? Hey, der Schläger ignoriert mich Ey Komm zu mir, komm zu mir Ich brauche Hilfe Weißt du, was? Achso Wo brauchst du denn Hilfe? Oh, okay Hiya Hiya Da war eben nur eine ganze Meute Aber die habe ich wohl abgehängt Weil ich einfach durchgesprintet bin Hm So, dann bedien dich mal an der Bar Ich bin ja schon dabei Fertig Was sind denn das hier für Geräusche? Ist da ja drin Oder zwei Hier ist noch ein Energydrink Und da ist noch ein Wasser Oh Fuck Ein Selbstmörder Das ist auch neu Ja, herr, einer von denen Das war mein Endgegner Ich nehme mal das Was? Das war ein Endgegner? Ja, so ein Zwischenboss War das doch mal Achso Ja, den meinst du So Wasser Tibrianus und Flamestorm Vereint Uns fehlen noch die coolen Ringe Die Ringe der Macht So Alkohol Ich brauche Alkohol Metzlst du die schon wieder durch? Ja Schweinerei Überall liegt wieder dieses Kruppzeug rum Warte, lass mich mal vorgehen, bitte Wie viele sind da? Zwei? Drei Okay, komm, die machen wir zusammen Platz Wären es jetzt drei oder mehr gewesen, dann hätten wir Achso, du kannst wieder stampfen gehen Bleib liegen Dankeschön Penner Da vorne ist ein Schläger Glaub ich Ja, er ist ein Schläger Äh, da ist noch ein Selbstmörder Kannst du irgendwas auf den draufwerfen? Äh, mal gucken Ähm Ich nehme mal das Paddel Ja Ne, ich kriege nicht ins Visier Ich renne mal rum Naja Mach das Na kommt Na kommt Komm zu Papa Komm zu Big Daddy So Zack Geh sterben Äh, achso Du metzlst dich erst durch Ne, ich wurde abgefangen Okay Achso, ja, wieso mach ich eigentlich mal solche Umstände Verbrennt ihr Schweine Au Ach nee, das war gar kein Schaden Das klang nur komisch Komm, geh doch zu Mutti nach Hause Wettlauf zum, ähm, Quest abgeben Ich lieg vorne Oh ja Stirb du Schwein Yeah Aufstieg Dornen-Messingsschlagring Einfach mal mitnehmen Ja, ich Find's ein bisschen schade, dass die da respawnen wieder Ähm Ich überlege gerade, wie war das eigentlich nochmal mit dem Aus Mit dem, äh, Ausweichen Ähm, weiß ich nicht Ich glaube, Leertaste gleichzeitig drücken oder so Hm, ja Irgendwie sowas Na, ist ja auch egal Solange wir die Schläger auch so platt machen, ist das ja kein Ding Lauf, 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 lauf Lass mich durch Dankeschön Nein, ich will die Quest abgeben Gib'n Gib'n